Ah, ich bin zu weit weg, aber der wird, glaube ich, so gut drauf vorbereitet. Einen wunderschönen guten Abend, mitverkaltet eure Fressen, ihr Bastard, wenn ihr auch Schule habt oder arbeiten geht, fickt eure Mitte auf jeden Fall, mein Name ist so der Mann, der wacke, den der deine Mutter frickt. Auf jeden Fall, ich bin Standardskill, wie ihr gesagt habt, und ich nenne euch auf jeden Fall alle Haupts, meine Damen und Herren, wenn ihr gerne Livestreams hören möchtet, Livestreams, wir fangen bald an, live zu streamen, gerne mal bitte in die Kommentare schreiben und bitte schon bereits folgendes, das sind zwei Livestream-Kanäle, entweder wir zu streamen oder ich würde zu streamen, vielleicht sogar mit Kamera, wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne noch meine Unterhose verfolgen und dabei noch eine absacken, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, ich habe einen neuen Scan, ihr seid da ganz genau. Also wie gesagt, folgt auf jeden Fall den Kanal, ihr motherfuckers, dicker. Na, koromo. Oh, treckige Banane, meine Damen und Herren. Sie kennen es in der Tat. Bedankt euch bei dem Hohen und Dome kriegt die Worte. Oh, was hat die für eine Nummer gehabt? Genau. Ich kann euch sogar einen Tipp geben beim Markieren. Die sind schon in einem Lobby-Van wie ein Spiel, wo wir markieren. Die suchen mich. Einfaches Leben genommen. Der ist nicht ausgestiegen. Ja, die hat mich verloren. Oh Gott, nein. Ja, ja, die hat mich verloren, die ist weg. Mori, es hat gepennt. Echt, wo? Hier. Wo? Hier? Hier. Wie? Was laberst du? Nein, Alter. Da wäre wirklich die ganze Zeit um den gleichen Stein. Wo ist der? Voll witzig. Tiltet. Egal, die schauen einfach, dass wir dann hinkommen. Wieso? Wie? Wieso? Und das war Leute, die mit uns zocken möchten, gerne mal melden. Ansonsten küsse ich eure Herzen, bennehmt euch Uns ist es persönlich, egal wie alt ihr seid Wenn ihr mir einen Schwanz haben wollt, dann könnt ihr ihn gerne haben So, meine Damen und Herren Was sagen wir dazu? Ihr sucht mich schon wieder Achso, wie sind die 31er also Wenn ihr mit 31er chillen wollt, seid ihr gerne herzlich willkommen Also wundert auch nicht, wenn eure 25er abgezogen wird Ich habe eine Geschenke für dich hier Ich glaube, die kämmt den Jen, glaube ich, ab Das ist so desperate, Alter Jen ist 20%ig, die müssen abkämmen Ah, nee, die ist hier, Alter Ja, schau dich nach hinten, wo gerade Spuren seid Du kriegst das da hinten Ist die lost, Alter Ich gehe gerade in Jen dran Und dann schon bekomm ich Heartbeat Ah, die tritt da schon wieder gegen Hier ist aber, glaube ich, bei nowhere zu hide, weil die wusste nicht, wo ich bin Oh, so eine Killer, bitte, hier Es macht keinen Sinn, dass jeder an den gleichen Jen sitzt Muss eigentlich jeder einen machen Und wenn er meint, ich bin schlecht im Spiel, dann fickt eure Mütter Nur mal so nebenbei Morit hat es geschafft, hierher zu kommen Ist sie bei dir? Komm schnell her, Rico, mach bitte Hier, ich bin Ja, ich hab ein bisschen Pissen gemacht Ja, toll Das war auch schnell Das war auch, ne? Ich setz mich wieder dran Kippe den Nummer der Punkt Ah, Moris Wacker Moris Er guckt gerade wahrscheinlich die Aufnahme Während er die Aufnahme schaut, der liebe Moris Ich weiß, dass du gerade schaust und du gerade denkst Ey, das Video ist die Vergangenheit Junge, ich fick dir Während das in seiner Mutter weg Du dummer Bastard, Digga Was denkst du gerade nicht, wer du bist? Wer Moris? Ja, Moris guckt gerade das Video da Gerade jetzt Er dritt schon wieder gegen Er denkt sich gerade, das vorzuspuren Und dann kommt er Und dann kommt er zu uns im Discord Und sagt Cenk, ich hab das Video gesehen Aber das Problem bei der Sache ist Das ist jetzt gerade live Du brauchst gar nicht vorzuspuren Weil am Ende des Videos laber ich auch über dich Eventuell Mach den Jen, mach den Jen Bitte keinen Pain Rift I know, Moris Geht gerade alle great skill checks Alter, ich bretter den Jen hier so durch Ey, jetzt hab ich das vergessen Mit der Vizersortierung Riko, Anna, Hoko Ich kann hier aber nicht ans Tor Ja, automatisch einzustellen Äh, snap Machen wir gleich Achso Wieso bist du eigentlich Gold, Alter 101, du kleiner Peach Warum ist meine Axt Gold? Du bist cool oder was? Ich mach den Ausgang bei der Killer heute Wie hab ich so gemacht für dich? Achso, das ist ne Battle Pass Deswegen Halt episch Nicht episch, sondern legendärer Skin Meine Damage Meine Ausgang ist gleich auf Du hast ne legendäre Hacke Aber für 10 Euro bekommt man schon viel Keine 0815 Hacke Ja, na klar Oh, oh Ja, okay Tut mir leid, da können wir denen nicht helfen Nein, du lässt mich liegen Ja, ach ne Die QR, die kommt zu dir Die QR, die kommen zu dir Natürlich, die haben nötig, Alter Wollen wir hoch? Gehen? Ja, wie du meinst das? Ja, lass hoch Hier ist aber noch keiner gewesen Keiner gelandet? Quint? Nee Nee Hier ist irgendwie keiner gelandet Komisch Und was willst du was, Junge? Was? Hey, gib mir mein Medi-Cut, du Bastard Medi-Cut Ja, jetzt komm Geh mal hoch jetzt Hallo Hilfe Da bin ich mal oben Was passiert jetzt? Ich denk zum anderen Spieler Komm wieder her zu mir Hazel? Komm Ja 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 Da riffen gleich, die kommen zu uns Die kommen zu uns Die kommen zu uns Und genau jetzt hilft die mich auch, ne? Jetzt hilft die mich auch, ne? Die andere ist da draus, auch auf die Grenze Hm Wo seid ihr, hallo? Ich Ich Die sind zu uns gekommen, hier oben Wartet, hallo Aufpassen Weiter so, hallo So, hallo Ich bin down Hallö 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 Power revive Sie dritt einfach Ich mag mir das, äh, Tränke. Meine Damen und Herren, Digga. Ach so, ja. Wenn Leute sich fragen, warum ich nicht cutte, weil sich das noch nicht lohnt. Und wenn sich das rentiert und alles drum und dran, dann fang ich damit auf jeden Fall an. Aber das ist halt random jetzt alles. Bleibt doch erstmal so, Allah. Mir fehlt einfach die Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Ich geh ja noch nicht in die Schule so. Wohin? Äh, das fehlt jetzt rein, würde ich sagen. Irgendwann, wenn wir gute Videos machen und gut verdienen, Digga, dann kündige ich und dann kann ich vor euch cutten, meine Damen und Herren. Ja, Mama, nach Köln. Vermisst einer. Riko, ah. Riko, Anna, Biko. Goy, Rift ist weg. Warum? Wohin? Hä? Ach, scheiß auf den. Er ist jetzt High-Ground, aber egal. Wurde schon gelootet, Digga. Ich suche... Mit alles. Da gibt's irgendwo immer was. Na Riko, Anna, Huko. Hier, hier, bei mir, bei mir! Oh, oh, oh. Boah, hier oben am Berg. Oh, oh, oh. Nicht deinen Schwenk, nicht deinen Schwenk. Nick, nicht deinen Schwenk. Warum? Was machen die da, Bro? Könnten die auch machen. Das wollen wir ja nicht. Ah, da oben? Da oben. Die Schwanzlutscher, Digga. Da oben. Sind wir noch da oben? Ja, sind wir immer noch da oben. Maurice will, glaub ich, hoch. Aha. Er darf nicht hinkommen, weil es EB nicht erlaubt. Fluchtschrauben kommt. Seid ihr da oben gekommen? Hä? Wir haben einen Grappler. Dann kommen wir überall hoch. Nein, keine Ahnung. Aber der Killer sieht da oben. Lach nicht. Ach so, die all das stricken. Willst du uns mal selber? Hinter uns irgendwo? Gar. Das ist gar nicht echt. Das wird jetzt so abgemauelt. Ja, wie ich. Wir haben da mit. Hallo. Pfff. Oh Gott, wie ist das denn? Wo, Digga? Wo, Digga? Oh, nee. Aha. Das ist ne Survivor-Map, Junge. Ja, aber ich hab schlechte Änderungen. Und der hat 3 HP, der hat 3 HP. Ja, Bruder. Riko gehört mir, Digga. Komm her, komm her. Rutschen wir jetzt zusammen. Nö? Artist. Haha. Pick ihn alle. Pfff. 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 Ist das ein Online-Spieler, Bro? Ich guck, ich guck dir da mal zu, wie die Refuge sitzt, Alter. Voll witzig. Pfff. 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 Ey, die kommen überall hoch, ja. Nimm nen Luftballon von mir. Heher, land. Nee. Oh ja, genau. Gib doch! Nein, nein, nicht Luftballon. Ich hab kein Leben, aber so viel. Pfff. Warte, hier nimm den, Schatz. Komm mal her. Da. Wenn ich sterbe, Digga, bin ein Problem, Digga. aber ich nehme luftballon um hochzukommen bei mir bei mir bei mir ist einer ist tot einer ist hier bei mir im haus 30 nein wo ist er er findet mich hier wird markiert haben nein er healt er healt er healt er healt denk ja wo bist du braun im haus und die schlechte steppe allah seine belanwesen morris hilfe hallo morris du besser